Hallo und herzlich willkommen zu Dead Space 3, Folge Nummer 28. Ja, nachdem wir uns ja von Norton hier einen Käfig haben einsperren lassen, der wurde uns ja nicht mehr rauslassen. Ah, was soll man dazu sagen? Der dumme Sack, der wird noch bekommen. Der wird noch richtig bekommen. Naja, egal. Ich hab uns auf jeden Fall mal wieder die alte Waffe organisiert und mal versucht ein bisschen rumzuformeln mit der Munition. Irgendwie hat das nicht so ganz hingehauen. Ich hab gehofft, dass man da ein bisschen mehr reinbekommt. Aber irgendwie will das nicht. Weiß nicht genau, woran das liegt. Bis hier hin läuft der Superwatz. Ja, und wir wollen natürlich jetzt wieder hinter Ali hinterher. Also Richtung zweite Forschungsanlage. Mal schauen, was das wird. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon waren. Ja, wieder eine neue Session. Das ist auf jeden Fall ein neues Gut. Ich hab mich mal auch um die Dingsbums gekümmert. Und wer essen sie denn noch? Um die Stangen. Die Wolfsrahm-Stangen. Kurbeln. Nein. Was sind sie denn noch? Ich bin grad nicht drauf. Ja, wo sind sie? Da hinten sind sie. Genau, die Quartug-Stange aus Wolfrahm. So, was sollen wir denn jetzt hin? Da sollen wir auch hin. Aber erstmal noch mal den Anzug eventuell auch hinten. Das wäre eine klasse Sache. So, was haben wir denn hier? Chinesisch-Dase-Brick. Schade. Oh. Oh. Somat-Gel zu wenig. Interessant. Das hätte ich jetzt aber auch nicht vermutet, dass das nochmal zu wenig sein wird. Und, was gab's hier? Anzug-Station. Ah, in die Richtung. Gucken wir mal. Ob man auch schnell genosser mag, wie wir zusammen mit drin. Dass es jetzt nicht zu weit weg ist. Ich würde das ja ganz gerne nutzen. So wird das hier so dunkel. Warum ist das gerade so dunkel geworden? Immer egal. Alles gut. Alles gut, alles gut. Aber es ist ein... Fang. Mal schnell so ein Maggier herstellen. Hätte ich echt nicht erratet. Hätte ich echt nicht erratet. So. Na ja, dann müssen wir nicht immer noch etwas auseinandernehmen. Nicht mal da. Ach, das müsste sogar schon reichen. Sehe ich das richtig? Ja. Wunderbar. Ja, gut. So viel zum Thema. Irgendwas würde fehlen. So. Da haben wir dann auch Maximum Trefferpunkte. Das ist doch eine schöne Sache. Ja, bitte. So, die sitzt da. Aber können wir auch. Oh, das ist doch klasse. Her damit. So, dann gucken wir noch mal hier. Ja, da fehlt natürlich jetzt wieder das Wolfraben. Hm. Das können wir natürlich auch noch mal mitnehmen. Okay. Jetzt können wir es nicht mehr. Und dann vielleicht noch mal einen Anzug wechseln. Was haben wir denn? Archäologen. Arktischer. E.V.A. Zeugen. Hast du mal nach? Muss der das sein, den wir neu bekommen haben? Mh. Bei, das ist doch der, den wir haben, oder nicht? Das ist doch der. So. Na dann. Gut. Mal weiter ins Gefecht. Mal wieder Ellie hinterher stratsen. Tratsen. Wie immer. So. Boom. Au. Sie glauben gar nicht, welchen Ärger Sie mir erspart haben. Saubere Arbeit. Was? Da ist der Eiser. Der Marker-Killer, Isaac Clarke. Und wir sind hier. Auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind wir uns also durch den Shock Space gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Isaac, aber wir anderen können gehen. Sie sind fehlgeleiteter Baster. Hey. Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war und pervertierten es. Himmel, ersparen Sie uns diesen Scheiß. Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte EarthGarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt? Habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 Sie versprachen mir ein Schiff, Danik. Wir hatten ein Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von Ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Käfti. Hat sie das hergebracht? Hier! Was ist denn da jetzt? Ja, nach oben, ne? Wow. Huh? Was ist der ab? Das Ding schreut einfach nicht zu groß. Aber wir hatten eine ganze Menge inzwischen aus. Von daher. Wow. Oh, nicht, ne, ne, nicht, ne, ich, ne. Oh. Was ist denn großer? Oh, fuck, das war der große. Oh, fuck, das war der große Schiff. Oh, fuck. was Uaah, uaah Danke scheiße, Aua Aua Ha, der haut deine eigenen Teamkollegen Das ist aber nett Ha? Aua Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, 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 ah Aua Pfff Es tut noch weh Und nicht nur Oh, die Sachen Züglich, züglich, züglich Zeigt nicht irgendwas Geltes Wo soll das? Wo soll das? Wo soll das? Wo soll das? Was? Oh? Tot Oh, okay Okay What the heck? Wie geht's? Wie geht's? Oh, fuck Auch das noch Alter Das verdammte Vieh Stirb Hör doch raus Wo kommen wir jetzt hier raus, verdammt Wo kommen wir hier raus? Komm 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 Aaaaaahhhh Scheißdreine Treff nix hier Aua Komm schon komm schon Der ist weg Noch eine dieser komischen Pustel Aua Komm schon komm schon Komm schon Aua Aua Haben wir jetzt ausgeschissen? Aua 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 Fui Aua Aua Ihretwegen sind wir hier Sie haben Sie ermutigt Und was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Danik, der uns abknallen will und was immer das sein mag Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten Sie sind das eigentliche Problem hier Clark Aber nicht mehr lange Captain Sonne, Sergeant! Das ist alles deine Schuld! Sie liebt mich! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Kommen Sie! Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier! Soll ich das Alley erklären? Hey! Sagen Sie ihr die Wahrheit! Und jetzt weg hier! Oh Scheiße! Tja! Hat sie gleich nochmal gedreht? Ja dumme Sack, ey! Dummes Stück! Scheiße! Nein, warte, was sie da machen wollen, ist mit uns! Das verdient! So, Fußball! Mach mal her, hier! Wollen wir ihn nicht mitnehmen? Und hier geben? Ne, das wird verarsch! Weg mit ihm! Tschüss! Tut mir leid, aber ich werde dich mal entsorgen! Mein Freund! Tschüss! So! Keiner weiß, dass er hier war! Blöder Sackblöder! Mann, Mann, Mann! Dieses Riesenvieh! Ekelhaft! Scheiße! Schöne! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Es piepselt hier schon wieder! Naja, können wir jetzt auf jeden Fall nochmal die Bank nutzen Was ne gute Sache ist Sehr gute Sache Super So, dann gucken wir nochmal Ob uns geht's ja eigentlich noch ganz gut So viel Mini brauchen wir aber nicht Eindeutig nicht So, das sollte passen So Dann machen wir die Sucherbots los, Jorgen Schauen wir mal, was die Noch Findorn Zack, zack, zack Oh, hier scheint eine sehr gute Stelle zu sein Ja Dann machen wir los mit dir Guti Was liegt da? Ach, irgendein Text Schauen wir uns natürlich mal an Was war denn das? Wackel, wackel, wackel Ich dachte, wir hätten irgendwas bekommen Wackel, hatten wir das schon Isaac Wo ist Robert? Ist der? Ich habe ihn erschossen, Ellie Was? Tut mir leid Aber ich hätte keine Wahl Norton hat uns verraten, Ellie Er wollte uns töten Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten Ach, kommen Sie Wir müssen weiter Jetzt sind nur noch wir vier übrig Ich kann das nicht Dann lassen wir sie zurück Wenn sie sich nicht zusammenreißen, sind sie eine Gefahr für alle Sie sind ein Monster Niemand wird zurückgelassen Hey, kommt Gehen wir zur Spitze dieses Berges Zusammen Zusammen Oh ja Niemand wird zurückgelassen Ja Und damit sind wir dann aber auch schon am Ende der Folge Und ja Ich hoffe, es hat Spaß gemacht Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein Wenn es heißt Let's Face 3 Bis dann